eine tür noch eine tür hier ist nichts hier ist aber was ein was die key und eine weitere nachricht die send me a new lad named Ben Kinley not sure why but he seems to crave the hard work here don't know what's so lovely about howling crates all day long but he's a good kid maybe he wants to impress the big shots from upstairs to get a warm place on the fueling unit or something ha to bet no admin ever comes down here to see us this is the dump no one cares about when the bench chief taylor ah das sind nachricht jeweils unterteilt von wem die nachricht ist hat ein bisschen was von doom 3 wobei auch so pda nachrichten von den leuten finden konnte so noch eine note von jemand anderem Ben Kinley wow guess what I found in the crates that came in yesterday ganz lots of them couldn't help myself and took one just in case like might be some sort of meltdown you never know this now looks more likely as I heard some experiments went a bit wonky up there in the labs good knows what they are cooking up but why the hell do they need guns and so many of them Ben Kinley Taylor tellier oder wie man das auch immer ausspricht so dual wielding equipping a weapon in each hand now we're talking good das heißt ich kann jetzt mit der waffe zuschlagen und mit der anderen kann ich schießen werden wir bei gelegenheit wahrscheinlich ausprobieren oh schule das ist schon mal nicht schlecht erhöht die integrity also scheinbar scheint es keine direkte rüstung zu geben sondern man erhöht einfach die integrity des anzugs also die lebenspunkte mit der ausrüstung was bist du? phono diary maybe with these I'll learn more about this place my marcus was chosen by the bureau to lead the ox web forum which is under construction out there on the high seas right now we decided to accept the offer to live there and lead the research it's a test our marriage must undergo I stood by my loving husband through his years in the military and I'm ready to support him now it won't be easy I'll be in charge of a fair amount of research in the tower but my family means everything to me thanks to this commission the girl will provide us with everything for a happy life somewhere on an island of our own okay ich wollte einen zum einen wollte ich die textnachricht jetzt nicht direkt unterbrechen zum anderen finde ich es cool dass sie sowas eingebaut haben erinnert einen wirklich ein bisschen arg am bioshock so den schlage ich dann doch lieber tot und man sieht die ich verfehle jetzt ständig weil ich halt eine zweite waffe wilde also dual wielding mache mal der ist schon ein bisschen cleverer als sein kumpel ja und wieder zehn fumium ja ist schon mal nett dass gegner einfach so spawnen können und ja war gerade ein bisschen doof dass ähm ja der in die quere gekommen ist äh notes das war von ihr also ja sie hat hauptsächlich gesagt äh dass ihr markus dazu ausgewählt worden ist args vaporum zu leiten und dass sie sich viel davon hofft und dass sie zusammen mit ihm irgendwann auf der insel fröhlich leben kann so so hier haben wir alles abgegrast da können wir ja nicht hin zurück also gibt es ja nur auf diesem weg hier oh cool und der schlüssel wird sogar angezeigt und rumgedreht das muss ich mir abgewöhnen das ist nicht hier wie in legend of greenwood die rechte maustaste sondern die mittlere zum umsehen ja das ist hier wohl ein kleines fallen rätsel erst mal kurz gucken ob es da weiter geht aber scheinbar geht es da nicht aus hier ist auf jeden fall ein zweiter verbandskasten also hat es sich wohl fast gelohnt hier hinten rein zu gehen wow so lange nicht zwei kommen bin ich auf der sicheren seite da ist eine druckplatte also ein druckplatten rätsel hi ja ich weiss dann gerne ein stück von mir ab ah das hat mal getroffen ich wollte sie eigentlich aus der hand nehmen oh da bin ich jetzt in den reingestraft aber deshalb so wild so wieder zehn formium so die nehme ich einfach mal in den zweites lot da brauche ich halt irgendwas was ich drauf platzieren kann wie zum beispiel den brick hier und eine neue nachricht ich bin waiting for this moment my whole life studying at the supreme bureau university comes with prestige sure but now i can start my career finally as one of the proud draftsman for the head architect of the bureau the arcs top forum is partly my doing the tower is a testament to our technological advances the arcs is going to bring about a historical breakthrough once we decide for the substance on the sea bed the marvelous also ja hier geht es um die formium forschungen und ja ich bin wirklich doof da war einfach ein rad zum ausmachen so so schade das wird wird wirklich als nur als sack angezeigt also das heißt wenn ich das ding werfe wird es als sack angezeigt okay das finde ich schade so so das hätte man sicherlich besser machen können aber ich habe die wesenswifter getroffen als seinen fliegenden kameraden der langsamer ist als du da sind noch mehr von den jungs sich kann ich nicht verschieben ich könnte höchstens dich verschieben okay okay einen haben wir weg okay auch das hat geblockt sehr schön so so du bist auch hinüber sehr gut zehn sekunden fünf vergetriebe per second also 50 prozent können wir dadurch heilen also sollte ich das mal anwerfen dass ich mich mal hoch heile weil wir sind ja schon bei 50 prozent unten da scheint nichts zu sein also schiebe ich das ding mal dahin freue mich dass hier ein secret ist mit munition und einem schild das ist sehr schön sehr schön cool down reduction für die crawlbar die ich hier habe also die crawlbar crawlbar ich habe warum nicht die crawlbar und noch ein out of sight von ben kinley today also so wie es aussieht klettern wir nach oben nicht nach unten ich hätte schwören können ich hätte von der seite auch noch was ach so das kann ich gar nicht verschieben ok ja gut das heißt ich bin in diesem raum auch fertig ach wie nett eine conduit also der photon kanone wie es andere let's player gerne nennen tut ihm weh bis jetzt nicht bis jetzt kann es auch das war die falsche richtung naja so viel schaden machst du zum glück nicht und ich kann es zum glück immer wieder absorbieren ja das ist auch wie legend auf grünburg meistens kommen sie dann wenn ich sie bemerke ja und du lässt sogar was fallen ja ich könnte einfach auf die leertaste drücken um alles zu nehmen da wäre ein durchgang also eine tür und durch die für diese tür brauche ich einen schlüssel grundfloor armory ach du meine güte okay war auch immer der da jetzt her gekommen ist ja zwei gegner auf einmal ist nie so schön vor allem wenn sie mich in der ecke drängen kann ich einer von euch beiden sterben ja danke auch okay ihr seht ihr seht aus wie insekten und ihr blutet auch seid ihr headcrabs also headcrabs auf steroide sie passt danach aus und sie haben mir sind tricks auf lager so ich werfe mal wieder ein pack ein auf das war ich nämlich gar nicht vorbereitet wow und vor allem garstig sie machen blutung oder korrosion halt weil die integrity halt ziemlich stark abnimmt wow du bist so eine art mini boss kann das sein these creepy little things bleeding effekt man suffering from deep gashes in the flesh the target takes a small amount of damage over a short period of time but greatly increased damage while moving mechanically enemies do not bleed also ich nehme mehr schaden wenn ich mich bewege während ich blute okay da ist nur das ausweichen etwas schlecht pounding ever since working here at the sea level floor i noticed this weird constant sound it's coming from below sounds like pounding almost like a heart just as just a huge one is it the mining gear deep down there in the sea at the fumium core ben kinley ja uns fehlt noch von winnie bench 1 und von wend kinley 1 dann haben wir alle von denen und ja der arg speed ja gut und das packe ich einfach mal dahin weil event weil die half packs sowieso da sein sollten firm planting auch hier kann ich mir jetzt kann ich egal welche ausrüsten ja ich könnte egal welche aber ich nehme alle drei mit weil belastung habe ich keine da suche ich mir gleich eine aus munition munition ist auch immer gut was die dagger macht ein bisschen mehr damage und eine two hand rifle two hand rifle klingt schon mal nicht schlecht damage to organic das heißt wenn ich jetzt hier um switche dann kann ich da nur eine zwei handwaffe tragen was mir aber nicht so viel jetzt ausmacht so jetzt gucken wir mal 60 integrity 2 toughness toughness integrity evasion energy gadget damage all weapon damage precision ich würde dann fast die lieber mal nehmen mhm und dann mal wieder ein save machen weil jetzt müssen wir durch diese tür hier und ja ich werde nicht einfach auf die druckplatte darauf treten ich werde zwar darauf treten müssen um die tür zu öffnen später aber erstmal mache ich das schlachtfeld etwas freier ich glaube ich sollte das waffen umschalten mal auf einen anderen ähm slot legen ja das ist ein ziemlich übersichtliches ding plus energy cell ist auf t das kann auch da bleiben gadgets benutzen auch automap notes windows circuits windows stats windows ist alles ok switch weapons set WASD free camera also ja F apply und resume gut das geht zu das geht auf ok da kommt noch was raus den raum kenne ich übrigens auch vom ähm trailer bei denen sollte ich halt vorsichtig sein die können böse blitzdingsten genau wenn sie blitzdingsten sollte ich weggehen und sollte nichts äh in der mitte stehen genau boing weil die machen dann in einem 3x3 fällt um sich herum blitzschaden deswegen stehe ich hier zum beispiel gerade sehr bescheiden hier nicht so das war ein miss was au au hier die falle laufen weißt du was weißt du was ähm so hm hmm the spider dropped something might be useful basic discharger mine erstes gadget unleashing an electrical discharge causing area damage around you and implying shock to enemies hit shock deals damage over a time period and greatly reduces the targets over damage output 20 damage 4 second shock effect duration minus 50% total damage hmm gar nicht mal so schlecht und ich bin bei der abweiten level up übrigens note when struck by an electric shock the target damage output is greatly reduced and they take some damage over a short period of time enemies capable of producing such a shock are resistant to all shock effects themselves macht irgendwie sinn hier ist nichts drin hier ist